Was ist denn hier? Kleine Nuss Was ist denn da drin? Ah, Apfelsaftow Kleine Apfelsaftow Ah, wieder die Waffenkiste hier Ah, ein Flashbang Noch eine Saber Juice, ich brauch keine zweite Action Ah, ein Vertikaler Griff Wird schon mal besser Als nichts Ach, jetzt kann ich wieder Beruhigt schlafen, gell? Jetzt werd ich mich sicherer Natürlich nicht sicherer, wenn ich wieder so ne Scheiße abziehe Letztes Mal Ach ne, das hab ich ja schon In einer anderen Folge nachgeschaut Wenn ich daran denke, kann ich das hier unten von... Wenn ich... Denke ich das nicht Wenn ich nicht daran denke So Wo ist denn mein Schirm jetzt? Ich hab keinen Schirm mehr Scheiße Was? Ich hab da alles geklappt So schnell So schnell Hast wir denn... So kann es... Ah So Reicht langsam, du Reicht langsam Reicht langsam Peacemaker Oh, nice Nice Ist das ne kleine Handfaffung? Kann ich die hier reintun? Ach, das ist das ganze Auto, okay Dann geh ich wieder erst zu den Baracken und dann da hinten hin Geil, da hinten ist ein Helikopter Den schnapp ich mir später Nae Cowjack brauche ich irgendwann So Ich bin da hoch Ok Nailgun War geil Vielleicht mach ich die erstmal leer, die Nailgun Dann Kann ich mich wieder den anderen zuwenden Okay, dann ist das so ne, ich packe die eben ein und Parka, war der nicht besser, ich weiß es nicht mehr. Habe ich nicht nen Parka an? Nein, habe ich nicht. Gut, dann ist er besser. Gut. Schön, dass er jetzt geklärt hat. Ach, scheiße. Ich trink mal kurz einen Läpfelsaft. Ein Peacemaker-Magazin. Habe ich nicht schon eins? Ach. Ne, habe ich nicht. Empyre-Magazin brauche ich gerade nicht. Avenger-Magazin peile ich direkt unter die Avenger. Essen habe ich gerade echt kaum. Müsste ich langsam mal... Welches holen? Ich glaube ein Poncho hat nicht so viel Inventar. Ah, hier ist die Küche gut. Gut. Ne, sowas esse ich doch nicht. Brot, Chips. Ausgewogene Ernährung. Müsliregel. Müsliregel. Hallo, Müsliregel sind's heut los. So, Corn. Hallo, du nimmst ein bisschen auf. Den brauchen wir. Ist da was dran? Meine Güte, die ganze Zeit diese Scheißteile durchsuchen, das ist echt... nervig. So, dann werde ich erstmal... Candy Bar snacken. Aber das ging ja schon ganz gut rein. Jetzt noch ein paar Chips. So, ein Korn vielleicht. Ah ne, ich hab grad keinen Hunger mehr. Nicht doof. Egal. Zack, zack. Naja, ich nehm wieder in die Pflegelgang. Bitte. An die Hand. So, hier scheint ein Zombie dran zu sein. Ist der blöd. So, da ist keiner auf dem Boden. Da ist nämlich wieder in die Hand. Zack. So, das lief doch recht gut. So, was hab ich noch, ja. Explosives. Noch mehr Explosives. Wie viele soll ich mir denn holen? Also, wie viele soll ich denn bitte haben? Das Plexmark. Hier ist nix dran. Hier ist nix dran. Ich guck so gescheuert da rein. Wenn ich sonst nix seh. Wenn mir sonst der Cursor im Weg ist. Ah, da haben wir noch was. Letztliches. Ah. Was ist das denn? Ah. Tactical Light. Ah, viel angenehmer. Frick. Warte mal. Ah, der hat gar keinen Griff. Ah stimmt, der hat ja den automatischen Griff. Bricks. Die brauch ich grad nicht, danke. So. Ich muss eigentlich nur da hinten hin. Die Teile. Den Rest lasiert wir in Ruhe. So. Dann geh ich direkt wieder auf. Geh hoch. Ah, der geht da unten hin. Gut. Dann kann ich mich hier mal schön umschauen. Ist das n Avenger mal gesehen? Ja. Das hier ist n Empire mal gesehen. Ja. Habe ich beide schon. Guck. Schau mich an. Wie cool ich bin. Ich hab mal anschauen. Ich hab mal anschauen. Siehst mich nicht. Siehst mich nicht. Nein, 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 nein. Okay Leute. Ich werde bald. In naher Zukunft. Eine Aufnahmepausung. Scheiße. Militär wäre es viel besser. Militär wäre es viel besser als der scheiß Poncho hier. Würde ich mal behaupten. Jo. Definitiv. Ja. Ja. Jetzt hier so. Gerübft. Ach man. Scheiße. Ah. Okay. Ist auch nichts dran. Ach scheiße. Warum müssen die Ausgänge immer da sein, wo man hin will. Meine Güte. Egal. Habe ich mir ja auch irgendwie so ausgesucht. So. Dann. Kann ich ja in einen geilen Chopper steigen. Ach. Hier kann man auch hier hoch. Ich will nur schauen, ob meine Scheiße da noch liegt. Ach ne. Ich hab's ja gelöscht. Wäre ja irgendwie dämlich. So. Ich kann das mal nichts hinwerden. Ah. Du. Ach. Ah da bin ich raus geworden. Ah, du. Ich will eigentlich so schnell wie möglich hier weg. Ah. Ich will eigentlich so schnell wie möglich hier weg. Ich mach mal etwas laut. So, Explosives, die nehm ich, ach Gott, die stöhnen einem immer so ins Ohr. Ah, das ist richtig angenehm, das ist richtig angenehm. So, dann kann ich mal craften, komm ich mal hier auf. Ja, super. Warte, was kann ich hier? Was ist das hier? Explosive Pfeilen. Guckt, Base. Ach du Scheiße. Kommt der einfach auf mich zu, Metal Bar. Da kann man ja immer mal gebrauchen, ne? So ein Stück Metall. Flair, nice. So. So, mal Schluss mit Lust hier. Was ist mit Lust? Oh, kommst nicht hinterher. Na? 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 Kannst nicht hinterher? Ups. Die hat 50 Schuss, die Waffe? Ach du Scheiße. Ja, da haben wir uns ja ein ordentliches Stück ausgesucht. Was stimmt hier bei der Eingang? Komm her, komm her. Ja, lass dich von mir verarschen. So, wie steigt man jetzt? Oder mit? Und hoch? Nein! Nein! Was hab ich getan? Hab ich gespeichert? Escape. Control. Äh. Wo steht Bild hoch? Da würde ich erst mal tun. Wo steht Bild hoch? Da würde ich erst mal tun. Wo steht Bild hoch? Da würde ich erst mal tun. Ich muss erst mal wissen, was ich getan hab. Ach, die Assets hab ich refreshed. Okay. Okay. Movement. Jump Space. Sprint Left Right. Right. Items. Communication Interface. Vehicle. Left or Right. Error. Pitch. Ah, jetzt hab ich sie. Ja, left. Okay. Hallo. Ach. Der hat kein Fuel. Na dann kann das ja auch nix werden. Scheiße. Ach man. Ach kacke. Was mach ich denn jetzt? Wie komm ich hier vor allem weg? Keine Ahnung wie ich das anstellen soll. Hier durch komm ich nicht mit dem Auto. Ich kann das nicht. Ach stimmt. So macht man das Licht an. Soll ich ganz vergessen. So. Lass die Anarchie liegen. Ach. Lass die Anarchie liegen. Ach. Ach mein Gott. Wie findet man hier den Ausgang? Kommt man hier mit dem Auto durch? Ne, sieht nicht so aus. So. Seidon ist ein Meister des... Weiß ich nicht. Des Fliegens oder was. Keine Ahnung. Ach scheiße. Oh, ich sollte hier raus. Bevor es explodiert. Das war mal cool. Aber immer daran denken Leute. Nichts ist cool. Solange nicht deine Freunde da sind. Du musst sie sehen. Wie ich mich erschrocken. Wo ist denn? Was ist denn? Was hab ich getan? Äh. Äh. Hilfe. Scheiße. Items. Use. Interact. Stance. Ähm. Scheiße. Was hab ich gemacht? Wie ist das nochmal? Use. Hm. Rele separation interface. Aber wo? Maus one? Das hier. Soll nie. Scheiße. Ich hab das auf maus eins gepackt. Alter, scheiße. Ich glaub ich brauch eh nur eins. Hm. Ich hab schon ein bisschen viel scheiße dabei. würde ich behaupten. Dreimal dieses Teil hier. Oh, das Essen könnte ich auch langsam machen, oder? Scheiße. Alter, die brauche ich gar nicht alle. Ich glaube, ich benutze mal einen von der... hier, da und da. Keine Ahnung warum. Ich dachte, ich werde zwei. Egal. Da habe ich noch mal Barbed Wire. Oh, das sollte ich nicht. Das sollte ich am besten hier vorsetzen. Sonst renne ich da selber noch ein. So, was haben wir denn noch? Brot. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Das muss ich auch nicht essen. Ah, was tue ich denn? Was habe ich hier? Metallstift. Flares. Und eine Granate. Kann ich denn zusammen... Ja, kann ich denn machen hier. Ja, kann ich denn Scrap Metal draus machen auf der Scheiße. Ah, Sticky Grenade. Wie meine? Sticky Grenade. Aha. Dann meine Rakete. Sticky Grenade. Ach du Scheiße. Ne, ich lasse das mal einfach. Muss die nächste Sache hier. Ah, Scheiße. Was ist alles so weit weg? Alles bringt mir einfach nichts. Was mir was bringen würde, wäre nach Berlin oder sowas zu gehen, aber... Moment, was ist das da links oben? Das ist hier. Ich glaube, ich gehe mal nach Berlin. Ich brauche nämlich langsam mal echt was... Ich habe die Kantinen ja noch. Ne, habe ich die? Habe ich die? Natürlich ist das der Account, wo ich keine Kantinen habe. Hm. Aber ich gehe jetzt nach Berlin. Nice. Renn ich in die richtige Richtung? Nicht ganz. So, das ist die richtige Richtung. Aber das Licht herkommt. Da ist Berlin. Ich würde sagen, wir machen mal kurz Pause. Bis gleich. Tschüss. Before.